Musik Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video Und heute mache ich eine kleine Servervorstellung Von dem lieben bootlein level-poep.eu Server Und ja, das ist auch mal was ganz anderes als was ich hier auf dem Server machen wollte Äh, auf dem Kanal hier machen wollte Entschuldigung Und ja, aber ich bin jetzt schon gekommen, mal grad ein Video zu machen Weil ich halt schon ein bisschen auf dem freshen YouTuber ran hier auf dem Server Sind aktuell online und wir sind im Tempel Äh, noch einen anderen Server Gute Dank Äh, ja gut Äh, 1 plus 1 können wir ja auch noch spielen Und ja, wenn jetzt noch jemand, äh, 1 plus 1 Äh, gleich 1 plus 1 join als Tits Betteln wir uns auch Und ja Ich zwinge man die Leute, äh, das zu machen Jawohl Und ja Wow, der pusht sich erstmal hier noch ein bisschen Äh, ja Mittlerweile kommen jetzt, äh, meine Videos bei euch so gut an Und dann, äh, wow Wow Immer 3 weiter Ja gut Ist leider schon vorbei der Kampf, aber, ja gut Äh, und ja Joints Kann ich euch mal kurz demonstrieren Moment So, wenn ihr joinst, seid ihr erstmal hier Und ja Wenn ihr Slash Kit eintippt, bekommt ihr hier dieses Standard Kit Was jeder erhält So Und ja Mit Slash Level Up Äh, wissen wir, wie viel Dollar man braucht, um, ja Um den Next Level zu erreichen Und wir haben momentan noch 0 Und ja Und ja Ich hab mein Lieblingswort dabei, was für ein Zufall Und ja Mit gleich fortfällig hier drei Wochen Links renten Und ja Ich glaube, ich erwähne gerade, dass man eine sagt Und meine Aussprache ist auch mal wieder so richtig fresh So, mit mehr Mit mehr Recht ist es gemeint, dass ihr spenden sollt Also jetzt werden wir geworfen Und ja Hier sind die ganzen Äh, sorry Hier sind die ganzen Shops Also viele Ränge Schließ mal hier kurz vor, was wir haben Äh Elite Winter Und Ranger Äh Ja, hier ist Die komplette Ausrüstung von Serien Äh Mit Slash Key Äh Ja, das ist Key Hä Äh Achso Ja, das müsst ihr mal jetzt selber herausfinden Ich hab jetzt auch gerade selber keine Ahnung Und ja Mache mittlerweile wieder voll Pfanne und Ja zu sagen Und ich wacke im Boden Geist Schöne Guck mal, springt, springt den ich auch Moment Ähh, springt den ich Ja, jetzt Ähh, ja Extra Enderchats Slots Zeig ich euch mal kurz, wenn ich hier der Enderchats gut Ja, einen Slot mehr könnt ihr, müsst ihr euch alles reinkaufen. Für einen Slot wollen die 5,50 Cent und für alle Preis zu haben 10 Euro. So, was haben wir hier noch? Äh, ja, umband. Wenn man geband wurde, dann hat man 5 Euro Pay-Sept-Card und dann kann man direkt wieder in Band werben. Aber wenn man nach 10 noch mal geband wird und wieder in N-Band will, muss man dann 10 Euro zahlen. Also der geht gerade richtig ab mit den Foten. Und ja, hier die Spendeninfos. Alles geht generell nur an Game Bubble. Das ist, glaube ich, auch vom Sky. Hier, äh, Sky. Ähm, der, äh, bitte da. Ja, gut. Bin gerade ein bisschen nervös, was ich noch als sagen soll. Der Vinaigure Shop. Nur zugegen Nuggets. Ja, hab mich jetzt intensiv damit noch gar nicht beschäftigt. Mit dem einzelnen Kaufen und so. Aber, schaut auf jeden Fall selber mal auf die Seite. Eintritt. Und ja, komm, jetzt sehen wir, wie teuer jeder einzelne Level upgrade ist. Für, von Level 2 auf 3 zu kommen, kostet 200 Euro und so weiter und so fort. Und ja, hier unten sind noch, zum Beispiel, lustige Schilder. So, jetzt hab ich zuletzt geklickt. Jetzt kann ich wieder zurück zum Spawn. Boah, ich knaske die ganze Zeit mit meinen Fingern. Warum auch immer. Ich hab ja auch noch ein Schild. Wir wollen eine Konkurrenz mit mir machen. Wir verlusten das Spiel. Hier zuletzt geklickt. Und ja, jetzt kommt das Wichtigste überhaupt auf den Server. Und ja, ich brauche mich wahrscheinlich keiner gegen meine No PvP Skills. Wow. Brenner. So. Und weil ich, ich brenne gerade, weil derjenige auch ein besseres Level hat als ich. Und deswegen, ja, hatte der auch ein besseres Kind. Und ja, das war's mit dem Server. Ich frage mich, wie viele und ja, ich gesagt habe. Aber macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Wär, wäre geil, wenn ihr mal den Server besucht. Und wir sehen uns dann einfach bei dir. Wir sind noch in der Abfrage. Ihr könnt ihr auch keine teilnehmen. Wir sehen uns dann. Seid's gut. Ciao. Buch LP. Du meinst, du vorliest. Wie er meint, du nicht vorliest. Wie er meint, nicht vorliest. Ey, hab ich da Rap und ich geb dir ein Sof.